Waldorf, Reis, Platz auf der linken Seite jetzt, Juran! Meine Damen und Herren, was war das ein Tor? Also, von diesem Tor möchte ich alle zur Verfügung stehenden Zeitlupen sehen. Waldorf hat den Ball nach vorne getrieben, in die Hälfte. Dann war Reis frei, prima, Abwehrspieler eigentlich. Das ist die Flanke und jetzt schauen Sie hier in Juran mit der Hacke. Und nochmal, weil es so schön war. Haben Sie das gesehen?